Das Fürstentum Hohenzollern-Siegmaringen, die haben im Gefolge der Julierevolution in Frankreich gedacht, jetzt könnte man eigentlich eine Verfassung einführen, weil das der Wunsch großer Teile der Bevölkerung war, um damit etwas den revolutionären Druck, der durchaus auch wahrgenommen wurde, wegzunehmen. Die Verfassung des Fürstentums Hohenzollern-Siegmaringen von 1833 war auf dem Stand der Zeit. Das bedeutet, es herrschte in Deutschland die Zeit der Restauration. Also revolutionär fortschrittliche Bestimmungen waren einfach vom Zeitgeist nicht machbar. Sie garantierte aber einige wichtige bürgerliche Freiheiten und entscheidend war, dass es jetzt für das Fürstentum eine Verfassung gab, an die der Fürst gebunden war, aber an der auch die Untertanen gebunden waren. Es wird ein einheitliches Staatsbürgerrecht geschaffen für alle, ohne Ausnahme. Alle Staatsbürger sind gleich vor dem Gesetz. Ein wichtiger, großer Fortschritt sicher auch, wenn man das in den heutigen Verhältnissen sieht, ist die Unabhängigkeit der Gerichte. Und dann werden viele Freiheitsrechte hier definiert. Freiheit der Person beispielsweise, Freiheit vor Leibeigenschaft, Freiheit des Eigentums, Freiheit der Berufswahl, auch die Freizügigkeit. Das heißt, entscheidend in der Verfassung ist sicher, dass das monarchische Prinzip durch die Verfassung nicht angetastet wurde. Der Paragraf 4 der Verfassung bestimmte, ich darf zitieren, der Landesfürst vereinigt in sich alle Rechte der Staatsgewalt. Das ist gerade das Gegenteil, als was das Grundgesetz sagt. Das Grundgesetz sagt ja, alle Gewalt geht vom Folge aus. Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft!